Der Freibetrag zum Hinzuverdienst zur Altersrente steigt auf 44.590 Euro. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ein wirklicher Rentenhammer in Zeiten der Krise. Mit dem neuen Sozialschutzpaket, welches vor ein paar Tagen veröffentlicht worden ist, wird der Jahresfreibetrag Hinzuverdienst von 6.300 Euro auf sage und schreibe 44.590 Euro angehoben. Ich muss selber immer mal runter gucken, weil ich es gar nicht glauben kann. Und zwar entspricht das 14-fache der monatlichen Bezugsgröße und diese beträgt zurzeit monatlich 3.185 Euro. Wenn Sie also diesen Betrag mal 14 nehmen, kommen Sie genau auf diesen Freibetrag. Und damit gibt der Gesetzgeber allen Rentnerinnen und Rentnern eine Botschaft mit auf den Weg. Und zwar alle diejenigen, die noch nicht die Regelaltersgrenze erreicht haben. Gehen Sie bitte weiterarbeiten oder nehmen Sie einfach eine Arbeit auf, wenn möglich. In diesen schweren Zeiten natürlich nicht immer so einfach. Und Sie müssen keine Sorge haben, dass Ihr Hinzuverdienst während der Tätigkeit und dem Rentenbezug dieses Jahr auf die Rente angerechnet wird. Der neue Freibetrag gilt grundsätzlich für das gesamte Jahr 2020. Das ist natürlich die eine Seite. Aber die andere Seite ist auch die, dass wir auch eine Botschaft haben. Und zwar an alle die Versicherten, die nämlich noch gar nicht in Rente sind und möglicherweise vorhatten, im Jahr 2021 oder vielleicht dieses Jahr am Ende des Jahres in Rente zu gehen. Nutzen auch Sie diesen neuen Freibetrag aus. Stellen Sie, wenn möglich, sogar dieses Jahr schon einen Rentenantrag. Es kann sich wirtschaftlich für Sie wirklich lohnen. Denn mit diesem neuen Freibetrag ist die Grenze so weit nach oben gesetzt, dass Sie de facto, wenn Sie eine Altersrente haben und ein durchschnittliches Einkommen von ca. 3.700 Euro, also diese 44.590 durch 12 dividiert, ergibt ca. 3.700 Euro. Dass dieses Einkommen, dieses monatliche Einkommen nicht auf die Rente angerechnet wird. Und das klingelt wirklich ganz stark im Portemonnaie. Und da wird sich der ein oder andere wahrscheinlich ganz schön freuen. Und was auch noch dazu kommt, es gibt keine 100% Anrechnung mehr, wenn eine bestimmte Grenze mit dem Hinzuverdienstdeckel erreicht ist. Denn dieser sogenannte Hinzuverdienstdeckel ist mit dieser Neuregelung auch vom Tisch begrenzt bis zum 31.12.2020. Ich sage, ein wirklicher Rentenhammer. Großartig. Unsere Tipps für den Rentenhammer für Sie. Erstens. Für alle diejenigen, die kurz vor der Rente stehen, ein bis zwei Jahre, rechnen Sie nach, ob es sich nicht für Sie lohnt, dass Sie jetzt schon einen Rentenantrag stellen. Und zwar nutzen Sie sozusagen diesen hohen Freibetrag für sich aus und Sie können neben Ihrer Rente ein hohes zusätzliches Einkommen haben, ohne dass die Rente gekürzt wird. Zweitens. Für die Rentner unter uns. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Arbeitgeber und sagen Sie ihm, dass Sie mehr arbeiten und verdienen wollen. Denn Sie müssen jetzt nicht mehr befürchten, dass ein hoher Hinzuverdienst Ihre Rente kürzt. Wenn Sie Näheres wissen wollen, lesen Sie einfach nach auf Rentenbescheid24.de oder Sie nutzen schlicht und ergreifend unsere Beratungsleistungen, früher in Rente gehen. Oder Sie stellen mit uns gemeinsam Ihren Rentenantrag im Jahr 2020. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen die Rente gehen. Ich wünsche Ihnen die Rente gehen.